Hallo und willkommen liebe Zuschauerinnen und Zuschauer zu einer neuen Folge Let's Play Total War Rome 2 mit mir, dem Andi. Und wir sind hier weiter noch dabei, den Krieg gegen Boi zu führen. Und haben hier unsere Truppen gesammelt. Ich muss mir kurz anschauen. Die sind soweit sehr gut gestaffelt, bis auf die, die noch verstärkt werden müssen. Und eine auch Sache, die mir noch mitgetellt worden ist, ist, dass irgendwo ich die Besteuerung ja ausgeschaltet habe. Ich weiß nur nicht mehr wo. Da muss ich mir mal kurz schauen. Hierher Konien. Das ist... Oder ist das das? Silesia. Das ist hier. Genau, und die bringen mir null Steuereinkommen. Aufgrund der Tatsache, dass die... von den Steuern befreit wurden. So, eine Frage ist jetzt nur... Wie kann ich die Steuern wieder anmachen? Oder zum Beispiel auch, warum haben die hier, ähm... Konnte ich nicht immer Informationen kriegen, wenn ich hier drauf gezeigt habe. Oh ne, warum klappt das denn jetzt schon wieder nicht? Ich will Informationen haben, warum ich minus eins. Das kann ich jetzt nicht irgendwie sehen. Ja, jetzt sehe ich es. So, Schwierigkeitsstufe ist zehn, kultureller Unterschied ist eins, Klaven, minus eins, Fraktion eins. Und zwar da drunten ein Klavenaufstand. So, wenn ich die da jetzt hinschicke, dann ist es plus 16. Das ist soweit schön, aber ich würde trotzdem gerne die Steuern wieder erheben. Wo mache ich das denn? Details? Dann wäre das... Plus neun, das ist okay, hm? Und dann würde ich auch... Ah, und dann habe ich wieder den Nahrungsüberschuss, der, der auch so sein sollte. Gut, danke für den Hinweis. Das hatte mir nämlich einer in den Kommentaren geschrieben. Ich schaue jetzt mal kurz nur, ob ich hier mit dem irgendwas noch machen kann. Militärumsturz, komm, machen wir mal, äh... Patrouille überfallen. Man wird sich an mich erinnern. Ja, die Entschlossenheit wurde stark geschwächt. Können wir hier eigentlich mal was bauen? Okay, das übersteigt alles unsere finanziellen Mittel. Wir beenden jetzt einfach mal die Runde. Und schauen, was sich dann ergibt. Denn, ähm... Jetzt habe ich einen guten Nahrungsüberschuss. Keinen prächtigen, aber immerhin einen guten. Und dazu kommt noch die Tatsache, dass es mit dem Geld jetzt wieder besser läuft und dennoch in Kazurgis kein Aufstand bevorsteht. Aufgrund der Truppen, die dort stationiert sind. Natürlich werde ich die Truppen im Krieg brauchen, aber ich hoffe, dass sich das einfach irgendwann alles von alleine eingependelt hat. Gehe ich einfach mal von aus. Diese Fraktion wurde zerstört. Welche... ...Paretieren? Der Name einer eurer Untertanen ist in aller Munde. Ob sich dies als nützlich erweist bleibt, abzuwarten. Was ist denn Schande? Na, egal. Was... Bevölkerungsüberschuss wäre... Herr Künien, okay. Hier ist Bevölkerungsüberschuss. Was bedeutet, ich kann dann die Stadt erweitern. Und jetzt zoomen wir mal schön ran, denn wir müssen jetzt eigentlich sehr schön sehen, genau wie sich hier die Stadt einfach größer aufbaut. Das ist echt eine schöne Sache. Was kann ich hier bauen? Gemeinschaftsbereich, Stadtzentrum. Ist wichtig für öffentliche... Und zwar ist leider links hier bei... ...zwei Nahrung, aber ich habe doch schon Felder. Wenn ich die aufbessere und hier in Lupfodum die Felder auch irgendwann aufbessern kann, dann hat sich das eigentlich... Ähm, was bringt das hier? Bei mir habe ich nicht Gemeinschaftsbereich. 50 Wohlstand und öffentliche Ordnung hier. Der Heilige Baum. Zwei öffentliche Ordnung. Ja, das ist eigentlich auch ganz gut, der Heilige Baum. Könnte ich hier eigentlich was Neues bauen? Ich könnte... Ne, ich muss hier nicht weiter aufbauen. Schreien der Tür. Das kostet eine Menge Nahrung, bringt öffentliche Ordnung, Moral. Soweit ist eigentlich auch ganz gut. Der öffentliche Markt bringt... ...minus öffentliche Ordnung. Das kann ich aber eigentlich hiermit ausgleichen. Okay, eigentlich nicht. Boah, auf jeden Fall sehr gut Geld. Aber ich lasse das jetzt einfach erstmal alles. So wie es ist, kann, ähm... Geh nochmal... Was ist Ausrufezeichen? Sind das Leute in meinem Staat, oder was? Imperium. Armeen 3 von 3, Flotten 0 von 2. Ja, 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 ja. Ja. Reichtum ist dürftig, Kultur barbarisch, Regionen besitzt 3. Die benötigt Aufmerksamkeit, die Schildträger. Ein Mitglied eurer Familie war mit einem Schildträger ihres Mannes untreu. Ihr Mann ist wütend und fordert das Recht, das Leben seiner Frau zu nehmen. Gut, Delvia, Moment mal. Ist das die hier? Aus Linde ist es das. Kenne ich die Gut, Delvia? Hier nicht irgendwo auch was? Ist ein Kugelschafter. Wo ist eigentlich mein Spion? Okay, wo mein Spion ist, das ist mir im Moment jetzt gerade auch nicht mehr ganz so klar. Könnte ich es gleich hier sehen? Nee, das hilft mir so weit auch nicht. Ich sehe hier nur meine drei Provinzen. Oh, falscher Knopf, wo muss ich draufdrücken? Ja, ich bin hier. So, jetzt gehe ich hier nochmal drauf. Also. Ein Mitglied eurer Familie war mit einem Schildträger ihres Mannes untreu. Fordert das Recht, das Leben seiner Frau Schande. Die Schande lässt nur mit Blut wegwaschen. Trotz ihrer schändlichen Taten ist die Frau Teil eurer Familie. Boah. Ich glaube, die soll umgebracht werden, oder? Ja. Die jetzt ist tot. So, was denn hier haben wir hier für Leute? Das sind die Generäle, oder? Ja, das sind die Generäle und dann haben wir hier noch welche. Oder sind das die Generäle? Wer ist denn denn? Clodo K. Gerol von Baldovin. Setz euch und ihr Eilfeuern! Ich erwarte eure Befälle! Nein, Rietfried. Nein, das ist Clodo K. Setz euch und ihr Eilfeuern! Das ist Rickfried. Und Rata. Wie kann ich euch helfen? Ja gut, also... Da steht es ja auch. General, Staatsmann, Staatsmann. Was die mir jetzt aber genau bringen, weiß ich auch nicht. Gut, ich ignoriere das jetzt aber einfach mal. Ich kann auch mal in der Diplomatie gucken, ob ich hier irgendwas Neues aufbauen kann. Ich kann mal nicht die Goten... Sicher, wir müssen reden, aber wir brauchen auch gutes Essen, ein warmes Feuer und noch wärmere Weiber. Ja, dann gebe ich ihnen einfach mal 880. Gelobt seien die Göter. Sie haben uns zu weißen Gesprächen und... Gut, da sind die jetzt auch froh. Meine Truppen hier bewege ich vielleicht mal... ...noch näher hier an die Grenze. Der Kundschafter darf mal wieder ein bisschen weiterlaufen. Die sind nicht sonderlich stark. Für den Allerhöchsten. Was kann der denn? Nicht viel. Hey Moment, war der Typ mal, der Kundschafter mein... Vermutlich war das mal mein Spion, kann das sein. Aber dafür habe ich im Moment nicht genug Geld. Also ich mache jetzt einfach mal nächste Runde. Und schau, was sich jetzt einfach so von alleine neu ergibt. Wirtschaftlich geht es meinem Land im Moment gut. Kriegstechnisch ist der Krieg mit Buoy immer noch auf... Eis, also im Moment passiert da nichts Aktives. Weil ich einfach mit dem nächsten Schlag es wirklich einfach zumachen will. Also ich will es einfach wirklich beenden. Und dafür wollte ich ja eigentlich auch noch Pferde benutzen. Aber ich glaube, die Pferde, die werde ich nicht mehr bekommen. Gehe ich zumindest mal nicht von aus. Hm. Das ist echt so eine Sache. Ich könnte auch Frieden mit den Buoy schließen und gegen einen schwächere Länderkrieg führen. Ach okay, unser Agent wurde entdeckt. Der Mann sah eure Entscheidung nicht einzugreifen als Erlaubnis. Ja, okay, gut. Die haben ja nichts, warum sie sich beschweren müssten. Absolut nicht. Ich sehne mich nach einem Kampf. So, ich gehe jetzt einfach ganz schnell noch mal ins Diplomatiefenster. Und mache dann mit den Guten noch mal hier Diplomatie initiieren. Und wenn wir fertig gesprochen haben, erwartet uns einmal groß genug für zwei Armeen. Ich gehe jetzt nicht. Vielleicht kann ich auch Konföderation beitreten. Aber da ist die Erfolgswahrscheinlichkeit niedrig. Wie viel? Ich gebe dir noch mal Geld. Oder was? Oder was? Ich komme? Also dann wäre ich gerade nochmal die Armeen technische Sicht aus. Ich habe hier die, die sind hauptsächlich Speere, Infanterie, hauptsächlich wieder Speere und Speere. Bei mir ist es so, paar Speere, aber hauptsächlich Nahkämpfer, bisschen Weitkampftechnik hier, hauptsächlich Nahkämpfer, paar Speere, also eigentlich müsste ich den Krieg locker gewinnen und hier habe ich auch noch Truppen. Es ist die Frage, ob ich mit den beiden Typen den Krieg gewinnen kann oder den brauche unbedingt. Es ist die Frage, erstmal werde ich die Runde um. Ja, los, komm, ja. Denn ich könnte in Kazugis auch diesen einen Schrein da bauen, das bringt mir dann wenigstens pro Runde plus 1 öffentliche Ordnung. Dann könnte ich auch meine Truppen daraus vielleicht abziehen, aber ich glaube plus 1, das reicht niemals. Aber es ist zumindest ein Anfang. Zumindest ist es ein Anfang. Es steht zumindest fest und da muss ich nur gucken, dieser Krieg gegen Boi, der raubt mir Geld aus der Staatskasse einfach, weil diese stehende Armee, diese vielen Truppen, die kosten einfach extreme Unterhaltskosten. Die ich jede Runde decken muss. Jede Runde. Oh, Halvetia wurden zerstört. Ein Land besteht ein Nahrungsmittelknappheit, warum das denn? Die Menschen hungern und Gerüchte kursieren, dass ihr als Anführer versagter Provinz, die besonders viel Nahrung verbraucht. Warum habe ich denn Nahrungsmittelknappheit? Die Suam haben Bevölkerungsüberschuss. Sava steckt auf. Da muss ich mal ganz kurz gucken bei den Provinz-Effekten. Warum? Moment mal, so hier. Nahrung minus 3 und warum? Hier produzieren die doch jede Runde 5. Hä? Ja, warum ist Nahrungsmittelknappheit? So, das zusätzliche Feld. Ich habe jetzt erstmal einen Bau gegeben, Heiliger Baum. Das ist alles schön. Oh, mal gucken, wie die Stadt jetzt... Ah, jetzt ist sie hier noch ein Stückchen gewachsen. Meine schöne Hauptstadt. So, die haben 3. Die haben minus 2. Einfach, weil das Gebäude braucht minus 2. Und da die nichts produzieren, machen die minus 2 die Runde. Macht Sinn. Die haben plus 3, weil das Gebäude braucht minus 5. Das bringt 8, also 3. Macht Sinn. Oh, was ist denn mit denen? Was haben die? Eure Truppen desertieren, weil sie nicht länger unterhalten können. Könnt schafft den Abhilfe, bevor eure Streitkräfte dezimiert. Weil ich... Weil es Nahrungsprobleme gibt. Aber warum? Elendsviertel. Minus 6 Nahrung. Was ist denn Elendsviertel? 500 abreißen. Ja, reißen wir schnell das Elendsviertel ab. What the fuck? Wie kann man denn denn Elendsviertel... Das kann uns gefälligst abgerissen werden. Wir brauchen auch kein Elendsviertel. Oh mein Gott. Das geht ja mal gar nicht. So, kommt jetzt eigentlich gleich in 3 Wochen wirklich die Fruchtfolge? Ja, die Fruchtfolge kommt dann. Gut, der Schmied ist auch ganz gut. Und hier heiliger Baum. Von germanischen Steinschleutern kann ich doch eh schon da machen. Hier durch, oder? Oder? Aber da kann ich die doch sowieso schon bauen. Na gut, egal. Die desertieren gleich nicht mehr, weil das verdammte Ding abgerissen wird. Und dann beende ich den Part auch für heute, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Wir sehen uns morgen wieder. Haut rein und bis dann. Ciao. Ciao. Ciao.